Ich habe mich geschwiegen. Lange habe ich meinen Mund nicht aufgemacht. Aber jetzt bin ich in der schwierigsten Situation auf YouTube. Google Plus hat vieles verändert. Der Posteingang ist nicht mehr der alte. Und hier in diesem Safe liegt die Wahrheit von Google Plus. Die Meinung, die von Google Plus, die Meinung von Google, die Meinung von vielen YouTubern, steckt in diesem Safe. Schalt jetzt nicht weg. Schau, jetzt geht es los, weil wir schauen uns jetzt die Wahrheit an. Die Wahrheit von Google Plus ist sehr gut versteckt. Sie muss gut versteckt sein, weil, ja, da drin die Wahrheit ist. Viele Abonnenten fragen sich jetzt, was ist da drin? Schauen wir es uns an. Also Spiegel. Hier steht eine Nachricht. Bobby bildet eine Armee. Dieser Panzer und Bobby sind gegen Google Plus. Kopiere und verteile ihn in ganz YouTube, wenn du auf unserer Seite bist. Eine geheime Schrift. Wahrscheinlich müssen wir diesen Hashtag unbedingt verteilen auf YouTube. Und jetzt meine Meinung von YouTube. Ich tue das nicht gerne. Ich will das alte YouTube zurück. Ihr hoffentlich auch. Ich bin gegen Google Plus. Tschau, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Tschau.